hallo leute ich habe mir ich habe letztes angefangen müssen mein kopf zu zocken und so und um ich bin dann hab dann aber angefangen mit der venture und so und dann bin ich in der nacht also macht da unten mal von dem berg da reingefallen ich wollte etwas bauen aber das ist auch völlig egal nebensichtlich dann habe ich das gefunden am anfang dachte ich dass wir einfach nur eine ganz normale höhle unter wasser und dann habe ich bin neben den spinnsporner gesehen und dann wurde schon ganz schön stutzig ist eigentlich nichts besonderes und dann schon oder so eine mine zu finden aber ich finde es einfach nur Geld dass es unter wasser ist dann kann man hier lang okay hier hört es langsam auf wundert euch nicht wegen diesen komischen zeichen da in dem stein das ist ein der fehler von dem neuen texap der geholfen hat also ist richtig viel kohle dann habe ich ein licht gesehen da würde ich jetzt noch nicht unterfallen übel übel ist das riesig kiste kohle stern okay ach du scheiße ich hier nochmal raus finde das ist riesig bisschen nervig wegen dem texture pack jetzt aber ach du ach du das ist ja ach du das habe ich noch nie gesehen ach du ach du ich glaube es einfach nicht das geht noch tiefer ach ich fokke einfach mal ein bisschen in den Schienen Wasser wieder immer zum Sand und boah okay das war es hier mit hu übel übel Lava guck mal hoch woah okay mhm mhm und dann gehen wir mal hier land ach noch tiefer oh schon wieder Lava das ist riesig hier t t uah ha ha bisschen komisch mit den Zeichen immer wiederum aber ich möchte das auch nicht ändern das ist doch noch tiefer dauert zwar jetzt länger halt eben nicht dann kann man da sogar durchgucken ne kann man nicht schade hm gut mhm hier lang na ich werde nie wieder hier rausfinden nie wieder ich hoffe ihr seht noch alles ganz gut ich eigentlich schon wenn wenn ich nicht gesehen geht's da raus da geht's hoch da ist nicht ja mein Vater ruft gerade je boah ist das riesig komm fort ne ich glaube hier finde ich nicht mehr raus hm boah ach du scheiße Lava 3 3 ist doch nicht gerade das beste Was für eine riesige Höhle. Ich fasse es einfach nicht. Unter dem Wasser ist eine Miene, die über die ganzen Möpfer streut ist. Ne, ich will hoch und nicht wieder runter. Gold. Da geht es dir recht raus. Kiste wieder. Lapels. Boah, geil. Das brennt da. Hm, 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 hm. Ach, scheiße, jetzt brenne ich. Ach, ich darf gerade jemand anabbrechen. Bin ich eigentlich schon, na, immer noch nicht. Ach du Kacke. Gut, dass ich dieses Tech-Jet-Pack doch anhab, weil dann sieht man nämlich, wie hoch diese Höhle ist. Wow. Ach, du, ich... Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Einfach nur geil. Einfach. Ich werde zwar hier nicht mehr rauskommen, aber... Den Speicherstand lasse ich. Nicht schlecht. Was ist da? Na, wollte man einfach mal, ja. Klar, gut. Da geht's auch nicht raus. Na, super. Ah, shit. Ganz toll, ganz toll. Ach, kacke. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Ich versuche da jetzt an diesem... Da sieht es nämlich aus, dass man da wieder rauskommt. Ich schwimme meine riesige Strömung hoch. Boah, darf doch nicht wahr sein. Das ist wie... Und da geht es sogar raus, perfekt. Oh, das muss ich mir merken. Ah, hm, okay. Das merke ich mir jetzt auf jeden Fall. Da baue ich mir mein Haus hin. Ups. Ach, war klar. Das ist übel. Gut. Naja. Also, die werde ich wohl nochmal erkunden. Und ich habe das Schwein getroffen. Perfekt. Gut, dann... Tschüss, ne? Ah. So sollte der Abgang jetzt nicht sein. Tschüss. 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 Tschüss.